Hallo Leute, gestern im Stream habe ich die neue Fortnite-Season getestet. Zusammen mit Panky, Reapers und Trimax. Viel Spaß bei dem Video und Leaken nicht vergessen. Der Typ ist ein absoluter Stress. Der ist one it, der ist one it, aber baut ihn ab, baut ihn ab. Der fällt? Das gefällt mir gar nicht. Haben wir auch einen Hit gegeben? Geil, das haben wir sogar gespielt. Verhöre ihn richtig. Sauber, Alter haben wir den gut auseinandergenommen. Reaves und ich haben gerade auch echt gut geplait, muss man sagen. Wir sind drei Team sogar, aber ich brauche Hilfe, bitte! Wir müssen zu hack, wir müssen zu hack, wir müssen zu hack, wir müssen zu hack. Ja, genau, so will ich den. Okay Hanky, ich nehme mir ein bisschen Slurps, warte, ich leg dir hin, ja? Ihhh, isst du das Fleisch roh, Hanky? What the f***? What the f***? Hanky kommst du zurück! Zurück! Max, 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 du kannst du dragsen! Max, hier! Max, ich lege auch! Tot. What the f*** war das denn gerade? Hier ist ein Gegner irgendwie, passt auf, ne? Hab ihn, hab ihn, hab ihn zweimal getroffen, er ist hier vorne. Ping, ping, ping. Oh mein Gott, ich hab den so gelasert! Kann ich auch ein bisschen was von dem Heal haben, bitte Hanky? Ich hab auch voll die raufgeschossen, hab ich auf den. Richtig geballert hab ich, komm, gib mal bitte Blue. Hier Max, Min, dann Alexander Kurt Stemmler. Blue Life, ich hab den gelasert! Hier ist ein Box, die könnt ihr... Den hol ich mir. Ey! Das ist ein Box-Team, die könnt ihr alle tüten. Trimax, bist du eigentlich erbärmlich? Ich hab über, across the map einfach einen Bogen geschossen. Ey, sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Du standst hinter mir gerade, du Loser! Ich bin Knochen! In der Kloß! Kloß! Der ist low, der ist white einfach. Keiner von euch Minis? Reaps, hast du das gesehen, Digga? Deutsche Legolas. Ich bin noch, ich bin noch am Leben. Eben auch, Reapers sagt... Alter, Reapers, hier ist ein Fenster-Kit! Unten? Nein, hier ist ein Bot, nicht tüten. Der ist wonit. Hab ihn. Bei mir? Ha, 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 ha! Hanky! Hab ihn, Hab ihn, Reapers, er ist U-lo, er ist U-lo. Max, kann wieder Holz. Hast du ihn ja, ne? Ich hab ihn. Ey, hier ist einer! Hier ist einer! Der steht einfach bei uns! What, Digga, WAAAS?! Ich hab gegen Mongral verloren! Digga, wie spielt ihr? Digga, es ist einfach... Max, das ist Mongral. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht. Das bringt gar nichts. Der kommt links unter dir. Oh, Max. Oh. Oh, chillig! Self-Boxed. Oh, shit. Let's go. Hinter dir! Oh! Keine Mets, keine Mets, keine Mets, keine Mets, keine Mets. Ohne Mets will ich nicht. Das sind zwei Teams schon wieder, oder? Ja, das macht keinen Bock, dass immer zwei Teams kommen. Was machen wir jetzt dagegen? Es war nur ein Team. Es war nur ein Team. Pleasant Park. Ich kann's nicht fassen. Wir fighten, es wachsen immer am Farm. Zwei Teams. Zwei Teams. Alarm. Das sind keine Bots diesmal. Hundehütter haben sie eingenommen. Scheiße, ein Hausfighter daneben, bitte. 1 AP oben. Der hat um 12 AP, glaub ich. Ich bin tot, ich hab keine Mets mehr. Wollt' ich einen, wollt' ich einen. Ich hab keine Mets mehr, hab ich doch gesagt. Das ist ja so sch***, ne? Digger, wie viele seid ihr? Die sind alle weak, die sind alle weak, Jungs. Wir machen das, Levi, komm. Ich hab dem einen gerade eine Granate gegeben. Keiner von den Blue Life gehabt, Mann. Kommt schon, f*** die. Och, Levi. Aim. Ja, stark! Max, bitte dir. Die haben alle nur white. Oh, Max, was für aim. Komm jetzt. Die sind beide weak. Bitte, Jungs. Macht keinen Sch***. Stark! Du jetzt! Jetzt bei den Pets scheinen Freimax. Revi? Was warst du mit denen, Mann? Einer noch! Noch einer! Hinter dir, Revi. Die habt ihr! Oh! Nein! Ich hab sie alle gef***t! Alle! Ich sag's doch, Jungs. Revi hat sie alle geholt. Revi einfach. Digger! Dein war da, Alter. Du bist Sebastian und hat was gemacht. Oh, damn. Einfach rein. Bam, 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 bam. Oh, nee. Die Zule f***t schon wieder ab, Mann. Wurde euch gleich im Auto, Jungs. Jetzt laufe. Ich fahr mit dir, Henki. Wir sind die Lambo-Rider. Alles klar. Henki bleibt stehen. Ich fahr nicht Auto ohne Metz. Ey, ey, ey. Bei mir treffen. Könnt ihr das noch schaffen? Was ist denn da? Alle Full-Life. Alle Full-Life, wenn ihr hinkommt. Kein Blue-Life verschwenden. Kommt zu mir. Komme, komme, komme. Alle haben dann 100 Leben. Okay. Also 100 extra. Kann mich jemand mitnehmen? Trimac, fahr an mir vorbei. Trimac. Was machst du? Was machst du, Max? Bleib doch stehen. Revi, komm. Junge, was für ein Wichs dieser Trimac ist, oder? Das ist wahnsinnig, wo man fußt. Der sitzt auf dem Dach und fährt an mir vorbei. Zeigt mir Mittelfinger einfach. Ich weiß nicht, wo man so steht. Ein Gegner nur, ein Gegner nur. Oh, der ballert wie Sau. Die Zone. Hab ihn gelasert, hab ihn Ted. Ja, frisst Scheiße, Alter. Was will der von mir? Nehmt die Mad Kids mit. Wir haben ein neues Team schon hinter uns, ne? Auf Blau macht ihr. Die rächen sich gerade. Hier kommt schon der neue. Headshot. Wir müssen in die Zone, Jungs. Wir müssen ganz dringend in die Zone. Jetzt. Ah, ich bin tot. Yes, neben mir, neben mir. Es ist gut. Wo oben ist einer? Auf dem Dach. Halt doch. Fünfmal gecallt. So, Max, lass uns mal bitte Schaden vergleichen die Runde. Ist das okay? Ja. Guck mal bitte Revi zu, Hanky. Ich hab noch 5 Transmats, Digga. Guck mal Revi zu, Hanky. Guckst du, Hanky? Hä? Ach, Digga, Mann. Zwei Hits, Alter. Bro. Zwei Hits is not bad. Hä, die macht den Boden hier sauber. Wie geil. Sie kehren hier die Boden. Guck mal. Wie krass. Hier ist einer gelandet. Ich hab die ganze Runde angezündet, Digga. WTF? Er ist mortal. Ich bin tot. Jungs, das ist doch schlecht. Ich weiß nicht, wie ihr so lange brauchen könnt. Ja. Oh, ich bin der Beste. Ich hab ihn schon gelangt. Tönt ihn nicht. Tönt ihn nicht. Ich möchte ihn keybacken. Ich schlafe schon wieder. Ich schlafe beim Spielen, Hanky. Bitte. Okay. Sorry. Nicht töten. Ich kann nicht. Ich hab dreimal auf seinen Kopf geschossen. Wie seid man da unten? Hast du Reeps wegen meiner Hilfe? Irgendwie bin ich grad so richtig. Oh! Opfelparadies. Revy, nimm hier. Hat jemand jetzt Knochen? Bitte guckt nach Knochen, Jungs. Einen einzigen. Null Knochen. Ich hab nur ein Schling gesagt. Ich bin Pissed. Wir spielen NA-Lobbys. Welcher Idiot hat NA gestellt? Ich war das. Warum hast du so'n Sche... Wir spielen echt NA. Mein ganzer Chat ist voll. Wir spielen NA. Ich bin grad einfach richtig geistesabwesend, glaub ich. Max steht auf 5 Kilometer und schießt mit einem Revolver. Ich hab so viel Damage gemacht. Wir wundern uns, warum wir jedenfalls verliehen. Aber wir sind immer einer unter... Schau diese Hits an. Lara Loft hat mich geholt, Digga. Ich bin raus. Das leckt so hart. Das macht keinen Spaß. Ja, das war auch wirklich ein Leck. Bei den Gegnern aber auch. Nein, nein, nein. Warum? Sagen wir, warum das sein soll. Das bei den Gegnern leckt. Die sind wirklich in der Amerika. Nein. Wir sind nicht NA, Alta. Wir müssen NA sein. Ja, das kann durch ein Bug gewesen sein. Das kann wirklich... Wie soll es denn sonst gehen? Warum soll es so sein? Was hat Max für eine goldene Waffe? Was ist das? Die ist so krank stark. Ich fühl die Gaster hinten und hab alle getrüstet. Ich hab einen Flasso. Ein einzigen Kill, Max. Ich hab gesehen, wie so ein Schuss getroffen hast. Wie passt? In einem Fight? Ich hab meine Spaß weggegeben. Oh nein, du Sch***, Mini. Oh, Trimax. Unten rechts von dir noch, ne? Mit einer close by mir. Alter, den hast du so überrascht, dass der so bad ist. Was? Oh mein Gott. Was? Wo schießt der, Pegin? Ja, das ist ein Bot. Was ist das einfach ein Bot? Let's go! Ich hab so rasiert. Nein, hast du nicht. Das ist eine NA Lobby. Ich schaff alles. Das muss einfach sein. Ja, das war eine NA Lobby. Ich muss wirklich eine NA Lobby sein. Ich bin nur noch NA Lobby. Oh mein Gott, ist das geil. NA ist so geil. Ohne witzig, zieh da hin. Wer hat... was? Untertitelung des ZDF, 2020